Die CDU hat sich hacken lassen und zwar auf gewisse Weise sogar gleich doppelt. Schauen wir uns in diesem Video an, was da passiert ist. Das Ganze nahm seinen Anfang zu Beginn des Monats. Da gab es einen Tweet vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Die berichten hier, es gab einen schwerwiegenden Cyberangriff auf das Netzwerk der CDU. Das BSI und der Verfassungsschutz, die würden jetzt da ermitteln, das Ganze versuchen abzuwehren und den Schaden begrenzen. Es gibt noch einen zweiten Beitrag, der verrät aber auch nicht viel mehr. Man möchte hier noch alle Parteien warnen und außerdem die Schutzmaßnahmen hochfahren. Das ist schon mal spannend. Da fragt man sich, wieso erst jetzt? Dieser Artikel hier verrät ein bisschen mehr. Da hat die Sprecherin der CDU gesagt, dass man zumindest einen Teil der Infrastruktur vom Netz genommen hat. Das erinnert ja an Ransomware-Angriffe, die sich im Netzwerk ausbreiten und wo man erstmal versucht, alles runterzufahren, damit kein weiterer Schaden entsteht und eben keine Daten abfließen können. Das erinnert an die SPD. Die wurden im vergangenen Jahr 2023 ebenfalls erfolgreich angegriffen. In ihrer Erklärung liest man, dass sie Microsoft-Produkte nutzen und es geht hier um E-Mails, also wahrscheinlich Microsoft Exchange. Das ist ja so Haupteinfallstor für Schadsoftware. Hier schreibt man, dass man zwischen dem 11. und 16. Januar vermutet, dass hier andere auf Systemen zugegriffen haben, eben wegen dieser Sicherheitslücke. Wenn man da guckt, da findet man hier passend dazu Exchange-Sicherheitsupdates vom 10. Januar. Da gab es gleich zwei Schwachstellen in Microsoft Exchange, die man hier am 10. Januar mit einem Update behoben hat. Das passt nicht so ganz zum Datum und selbst wenn das dieses Datum wäre, wäre es mindestens irreführend, weil hier am 10. Januar wurden ja die Schwachstellen nur behoben. Die gibt es schon mindestens eine Zeit davor. Zumal, wenn das stimmt, dann haben die hier eine Woche mit Updates gewartet, was schon sportlich ist, aber das sind wohl Microsoft-Admins gewohnt. Und wenn ihr nämlich mal guckt, bei diesem Update, da gab es schon kurz darauf eine Info, was das alles kaputt macht. Das ist nämlich nicht besonders hoch von der Qualität. Hier verschiedene Sachen funktionieren nicht mehr. Da haben wohl die Admins gedacht, bevor wir da jetzt wieder was kaputt machen und Ärger kriegen, da tun wir das mal lieber aufschieben. Das ist bei Sicherheitsupdates natürlich gar keine gute Idee. Einige Zeit später kommt bei solchen Angriffen meist raus, was wirklich passiert ist. Hier haben wir erst vor wenigen Wochen einen Artikel, der hier beschreibt, was da im letzten Jahr passiert ist. Und zwar ist hier klar geworden, es geht um eine Lücke in Outlook, aber um eine andere aus dem Jahr 2023. Die gibt es seit mindestens März 2022. Microsoft hat da die Lücke geschlossen. Ein Jahr später und sich hier zwei Monate Zeit genommen. Das ist wieder ein Paradebeispiel, wo man sehen kann, wie wichtig Microsoft die Sicherheit seiner Kunden wirklich ist, wenn man hier zwei Monate sich ganz gemütlich Zeit lässt, während die Kunden hier reihenweise schon gehackt werden. Und als wäre das nicht genug, auch dieser Patch hier, der war fehlerhaft, der war kaputt. Das hat Microsoft nicht hinbekommen, damit die Sicherheitslücke in der eigenen Software zu beheben, sondern da gab es dann schon wieder eine neue Schwachstelle, über die man immer noch Code auf dem System ausführen konnte, also ein Totalschaden. Das ist fatal! Zurück zur CDU. Fangen wir mit dem weniger schlimmen Vorfall an. Die sind beide katastrophal, aber der hier ist ein bisschen weniger katastrophal wie der andere. Der geht hier nämlich um ein Jobportal. Die hatten auf jobs.cdu.de so ein Portal für Stellenangebote. Kennt man ja von vielen Parteien und auch von Unternehmen, wo man eben auflistet, welche Stellen hat man gerade zu besetzen. Da könnte man sich auch bewerben. Dummerweise hat man hier vergessen, das Ganze zu schützen. Daher waren hier die Daten von sämtlichen Bewerbern, die sich da jemals eingetragen haben oder sich beworben haben, sichtbar. Das sieht man hier unten. Da konnte man einfach anonym, ohne Zugang, diese Liste komplett einsehen. Ein Wunder, dass die CDU da nicht von krimineller Energie spricht. Ebenfalls nicht mit rum bekleckert, hat sich die Partei mit einer Umfrage, die haben auf ihrer Homepage gefragt, möchtet ihr, dass wir hier ein Verbot für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotor einführen. Da hat die Mehrheit aber gesagt, nee, das wollen wir nicht. Hier 85 Prozent. Das hat der CDU gar nicht gefallen. Da haben sie die Umfrage vom Netz genommen und sie war eben schlecht umgesetzt. Da konnte man mehrfach abstimmen. Es gab keinerlei Prüfungen. Aber statt hier vernünftige Umfragen zu machen, schiebt man das auf andere und sagt hier, das ist kriminelle Energie. Also wenn ihr mehrfach auf einen Abstimmknopf drückt, dann seid ihr für diese Partei kriminell. In der IT- und Hacker-Szene hat die Partei mittlerweile einen schlechten Ruf. Der CCC, der meldet solche Sicherheitsmängel gar nicht mehr, wenn sie die finden. Hintergrund ist, dass sich die Partei hier schon sehr fragwürdig bis mies benommen hat. Zusammengefasst hatte die Partei hier eine App entwickelt, CDU Connect App. Die ist dafür gedacht, dass wenn man hier Wahlkampf vor Ort macht, also die Wahlkampf-Helfer, die von Tür zu Tür gehen, dass die dort protokollieren, was kam dort, war man dort positiv oder negativ eingestellt zur CDU oder gab es da vielleicht irgendwelche anderen Auffälligkeiten. Das wird alles dokumentiert. Hier lief gleich mehreres schief. Erstmal die CDU behauptet, da wären gar keine personenbezogenen Daten enthalten. Drum sei auch der Datenschutz hier irrelevant. Doch es kam noch schlimmer. Es waren personenbezogene Daten drin. Kann man hier zum Beispiel sehen, von den Unterstützern waren hier einige Datensätze enthalten. Die waren auch noch ziemlich schlecht und gar nicht gesichert. Die konnte jeder einfach abrufen. Man bekam damit Zugriff auf insgesamt 100.000 Daten aus dem Haustürwahlkampf. Dazu noch die Daten von 1.000 CDU-Unterstützern. Plus als Bonus nochmal 18.000 Datensätze von Wahlkampfhelfern. Das ist der Sound der totalen Ahnungslosigkeit. Aber die CDU, die setzt nochmal eins drauf, um die Katastrophe noch schlimmer zu machen. Sie hat nämlich jetzt diese Hackerin, die das Ganze gefunden und an die Partei gemeldet hatte, freiwillig, unentgeltlich. Die wurde angezeigt, also nach dem Motto, wir schießen jetzt mal auf den Boden. Ob sich die CDU auch auf löchrige Microsoft-Software verlassen hat, wie die SPD, das wissen wir derzeit nicht. Es gibt während der Recherche zu dem Thema hier Insiderinformationen, die behaupten jetzt hier, es soll hier um den Anbieter-Checkpoint gehen, wohl eine VPN-Lösung, die hier eben eine Sicherheitslücke hatte, und zwar die nur Zugänge betrifft, die nicht mit zwei Faktoren abgesichert waren, also bloß ein Benutzernamen und ein Passwort. Vergleichbare Angriffsversuche gab es wohl auch bei anderen Parteien, aber dort hat man sich wohl etwas besser angestellt. Schaut man bei dem Anbieter mal auf der Homepage, da wird man hier gleich von AI, also KI, begrüßt. Das ist ja ziemlich interessant, was es da gibt. Die behaupten hier auch, man könnte hier mit 99,8% Zero-Day-Angriffe blockieren. Anscheinend hat man vor lauter KI bei der CDU vergessen, zumindest mal die grundlegenden Sicherheitsregeln umzusetzen. Das wäre zum Beispiel zwei Faktoren einzurichten für solche VPN-Zugänge, die aus dem Internet erreichbar sind, denn der Anbieter sagt hier, in diesem Kontext geht es um einen kleinen Kundenkreis, der noch ausschließlich Passwörter zur Anmeldung verwendet und noch kein Zwei-Faktor. Da ist die CDU also irgendwo konservativ im letzten Jahrzehnt stecken geblieben. Ich ordne das jetzt mal komplett anders ein. Stückweise kommen mehr Informationen raus, zum Beispiel, dass die Angreifer kritische Daten ausgelesen haben. Das war in der ersten Erklärung noch ausdrücklich unklar. Außerdem waren sie mindestens zwei Wochen unerkannt im Netz der Partei, was auch nicht gerade für die besten Sicherheitsvorkehrungen spricht, wenn das keiner merkt. Hier sagt man jetzt, das Einfallstor war die Sicherheitssoftware. Ist ein dehnbarer Begriff, das kann auch zum Beispiel ein Antiviren-Scanner sein. Ist gar nicht so unrealistisch, wenn man sich mal anguckt, wie oft die durch ihre Komplexität selber ein Teil des Angriffes sind oder sogar das Angriffswerkzeug. Hier zum Beispiel diese Malware, die nutzt den Windows Defender. Da war auch eine Schwachstelle drin, die kann man dann super nutzen, weil der ja volle Route-Rechte auf alles hat. Hier nochmal einen ähnlichen Fall, da nimmt man die Treiber, die ja oft an den Windows-Schnittstellen vorbeiprogrammiert werden und irgendwie zusammengehackt sind. Da kann man dann super was finden, um das zu missbrauchen. Oder aber die Virenscanner sind einfach generell schlampig programmiert. Auch das kommt öfter vor. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Scans umgehen kann, sodass sie das gar nicht finden können. Da muss man den Scanner gar nicht abschalten. Das ist praktisch hier zum Beispiel. Bei dem kann man dann entsprechend auch Schadsoftware einschleusen. Und das nutzen Krimi natürlich auch Auswahl. Warum nicht? Das ist ja ein einfacher Weg, wie man sich hier Zugang verschaffen kann. Und genau den suchen die ja. Die CDU ist bei IT-Sicherheit generell sehr konservativ, wenn wir es mal freundlich ausdrücken möchten. Hier 2021 hat jemand gefunden, dass man unter OVA 2010 einen Exchange Web Access, also Exchange Mailshower von Microsoft, über das Web öffnen kann. Also eine uralte Software, die hier auch für diverse Sicherheitslücken verwundbar ist. Denn der Support dafür, der endete schon 2020 zu diesem Zeitpunkt. Das war auch kein kleiner Unfall, sondern scheint systematisch zu sein. Hier haben wir das gleiche 2024. Ein Nextcloud-Server. An sich ja mal löblich, dass sie da auf Open-Source-Software setzen. Nur leider kümmern sie sich halt nicht drum. Hier hat nämlich der Autor, Günther Born, festgestellt, die haben hier einen Nextcloud-Server, der zu dem Zeitpunkt hoffnungslos veraltet war. Version 20. Und das ist nicht lang her. Das war hier im Mai 2024. Und wenn wir jetzt da mal gucken, bei Nextcloud im Support-Dokument End-of-Life, also die werden nicht mehr gepflegt, Version 20, die hat ihr Lebensende schon Ende 21 erreicht. Also zu diesem Zeitpunkt über zweieinhalb Jahre. In den Kommentaren hat jemand gemerkt, dass es da immer noch diesen uralten Exchange-Server gibt. Also 2024 gibt es den, der zu diesem Zeitpunkt schon etliche Jahre veraltet war. Immer noch. Der ist nach wie vor online gewesen. Und die Kommentare haben hier auch schon diverse Schwachstellen gefunden. Zum Beispiel TLS 1.0. Das ist uralt. Der stammt aus Mitte der 90er Jahre und wurde hier schon von mehrfachen Versionen abgelöst. Die sind alle veraltet, außer eben 1.2 und 1.3. Da wird hier schon gefragt, ob die wahnsinnig sind, was man nachvollziehen kann. Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon dreieinhalb Jahre mindestens keine Updates. Es ist ein Desaster, so etwas öffentlich zu hören. Auch wenn zum aktuellen Vorfall noch nicht alles geklärt ist. Fakt ist, Datenschutz und Sicherheit, die spielen bei der CDU eine untergeordnete Rolle und das nicht erst bei diesem einen Angriff, sondern schon viel länger. Das ist offensichtlich systematisch. Da werden grundlegende Sicherheitsregeln von der IT systematisch missachtet. Da findet man viele Beispiele. Ich habe hier auch nur einen Auszug. Da gäbe es noch viel mehr davon. Und so eine Partei, die es offensichtlich seit Jahren nicht hinbekommt, ihre eigenen Systeme auch nur halbwegs sicher zu betreiben, die möchte jetzt, dass euer Ausweis in die Cloud kommt. Als Bürger eine Horrorvorstellung. Das muss ja schief gehen, wenn man da so an die Sache rangeht. Ich hoffe daher, dass von euch keiner so lebensmüde ist, denen auch noch bei der EU-Wahl, die jetzt ansteht, am Wochenende eine Stimme zu geben. Auch nicht als Protest, weil das geht, wie ihr hier sehen könnt, voll nach hinten los. Wenn ihr unbedingt aus Protest wählen wollt, dann findet ihr genug Parteien, die deutlich weniger Schaden anrichten. Zum Beispiel die Partei, selbst so eine Satirepartei, die hat mehr Digitalkompetenz als die CDU, die hier mit solchen Sachen absolute Inkompetenz beweist. Hast du dieses Niveau von der CDU und auch von der SPD erwartet? Oder ist das neu für dich? Schreib es gerne mal auf youlabs.de ins Forum oder hier in die YouTube-Kommentare. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.